Ohne Salz Ohne Licht Könnten wir gar keine Farben sehen Ohne Licht Wären Ferien nur hart so schön Ohne Licht Gäbe es gar keine Lebewesen Ohne Licht Könnte niemand tolle Bücher lesen Und jetzt stell dir vor Jemand sagt über dich Du bist das Salz dieser Erde Und du bist ihr Licht Ohne dich geht es nicht Wir brauchen dich Du bist wichtig Wie Salz und Licht Ohne dich Wären deine Eltern keine Eltern mehr Ohne dich Wäre dein Zuhause wirklich schrecklich leer Ohne dich Hätten wir nur hart so viele Ideen Ohne dich Müsste dein bester Freund Allein zur Schule gehen Ohne dich Hätten wir beim Fußball Haushoch verloren Ohne dich Wäre dein Kantenkind wohl im Winter erfroren Ohne dich Wäre ich nicht halt so glücklich wie ich bin Ohne dich Hätte dieses ganze Lieb wohl keinen Sehnen Warum stell dir vor Warum stell dir vor Jemand sagt über dich Du bist das Salz dieser Erde Und du bist ihr Licht Ohne dich gäbe es nicht Wir brauchen dich Du bist wichtig Ohne dich Ja dieses ganze Leben Ja dieses ganze Leben wenig Geschmack Du bist wie das Salz in der Suppe Du steigst hell in diese Welt So wie eine Stadt Auf dem Berg Oder wie ne Sternschnuppe Darum stell dir vor Darum stell dir vor Jemand sagt über dich Du bist das Salz dieser Erde Und du bist hier nicht Ohne dich geht es nicht Wir brauchen dich Du bist wichtig Du bist wichtig Du bist wichtig Du bist wichtig Wir sind zum Licht Wir sind Salz und Licht Mit dem Lied, das wir gerade gesungen gehört haben Möchten wir euch zu dem heutigen Gottesdienst Herzlich einladen Und begrüßen Schön, dass ihr alle da seid Und schön, dass auch ihr An den Endgeräten zu Hause seid Und mit teilhabt an dem Gottesdienst Willkommen alle zusammen Es ist der letzte Gottesdienst Aus der aktuellen Reihe Salz und Licht Und wir sind ganz gespannt Welche Gedanken Uns unser Pastor Johannes Euhus Mit auf den Weg In die neue Woche geben wird Bedanken möchte ich mich Zuerst bei allen Die diesen heutigen Gottesdienst Überhaupt möglich gemacht haben Und mitgestalten Anfangen möchte ich dann natürlich Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Im Kindergottesdienst Allen im Technikteam Und über die Musikerinnen und Musikern Und allen, die sonst noch Im Hintergrund zum Gottesdienst Zum Gelingen des Gottesdienstes Beigetragen haben Bei allen möchte ich mich Ganz herzlich bedanken Wir sind und wir sollen Licht sein Das können wir in der Bibel nachlesen Und manchmal fällt uns das schwer Besonders, wenn wir mit ganz unterschiedlichen Regeln Konfrontiert werden Manchmal fällt es uns leicht Solche Regeln zu befolgen Und manchmal eben etwas schwerer Mir geht es jedenfalls so An die Regel vor einer roten Ampel Stehen zu bleiben Diese Regel ergibt für mich sehr viel Sinn Und da halte ich mich ganz gerne dran Ich weiß jetzt nicht, wie es euch damit geht Aber wo hört man auf Und wo fängt man an Wenn es um diese Regeln geht Oder um Gesetze Machen denn alle Steuern für mich Sinn Und fällt es mir leicht Mich da an die Vorgaben zu halten Oder ganz aktuell das Tragen der Masken Ich finde es oft hinderlich Weil ich kann da schlecht drunter atmen Und sehen kann ich auch nichts Also meine, es beschlägt So sehe ich nichts Also es hindert mich So, aber wie steht nun Gott zu solchen Regeln Und was können wir aus der Bibel Zum Einhalten von solchen Staatlichen Geboten Oder solchen Regeln erfahren Wir sind gespannt Was wir dazu heute im Lauf des heutigen Gottesdienstes Noch erfahren werden Ich bitte Himmlischer Vater Danke für alle, die sich heute Auf den Weg hierher zum Gottesdienst gemacht haben Danke für alle, die von zu Hause aus zusehen Begegne uns in deinem Wort In der Andacht und in den Liedern Begegne uns zu Hause und hier im Gottesdienstraum Berühre unsere Herzen Durch dein Wort und durch den Gottesdienst Sei bei allen, die mit daran arbeiten Dass wir heute hier Gottesdienst feiern können Vor und hinter den Kulissen Schenke uns offene Ohren Und ein offenes Herz Für deine Worte heute im Gottesdienst Amen Kommen wir zu den Ansagen Zuallererst möchte ich hinweisen Auf diesen Informationsflyer Der liegt in den Foyers aus Und wir planen hier in der Andreas Gemeinde Ein Eheseminar Ein Eheseminar mit dem uns schon bekannten Dirk Schröder vom Männertag Und er kommt zu diesem Eheseminar Mit seiner Frau Kirstin Und wir haben zwei Tage Sie hier in der Gemeinde Und es gibt noch sechs freie Plätze Also fühlt euch herzlich eingeladen Zu diesem Eheseminar Ein ganzes Wochenende Wo man sich mit der Ehe beschäftigen könnte Sicherlich sehr inspirierend Und auch sehr gut Um einfach so sich mit sich mal so zu beschäftigen Und mal rauszukommen aus dem Trott Und dafür sich Zeit zu nehmen Dann möchte ich noch hinweisen auf die Kollekte Wir sammeln keine Kollekte ein Und schon jetzt mal der Hinweis Hinten am Ausgang steht ein blauer Stuhl Auch so ein Stuhl, wie ihr hier alle seht Dort könnt ihr eure Kollekte einwerfen, wenn ihr möchtet Wenn ihr zu Hause seid Könnt ihr natürlich gerne die Bankverbindung nutzen Die nachher eingeblendet wird So, nächste Woche Gibt es einen ganz speziellen Gottesdienst Und dafür möchte Johannes noch was sagen Unsere neun Mitarbeiter Sarah und Sven Schminkel Haben Familie Sie haben vier Kinder Und sie haben eine ganze Menge zu sagen Zum Thema Glaubensvermittlung innerhalb der Familie Das habe ich schon festgestellt Weil ich vor allen Dingen mit Einem Kind etwas näher Kontakt hatte Und habe da einen sehr guten Eindruck gewonnen Sarah und Sven werden mit uns In der nächsten Zeit Familiengottesdienste veranstalten Und nächsten Sonntag geht es los Ein neues Format Ich bin selbst sehr gespannt Und da soll so die Kernfamilie In den Fokus genommen werden Das ist ja so einer der Nebenwirkungen Dieser ganzen Corona-Krise Vor allen Dingen Wir erinnern uns In den ersten Wochen In den ersten Monaten Mussten wir zwangsläufig Ganz schön zusammenrücken In unseren Häusern Das hatte Vorteile Aber es hat auch gewisse Spannungen Mit sich gebracht Genau Und ich freue mich sehr Euch dazu einladen zu können Nächsten Sonntag geht es los Thema Du bist einmalig Herzliche Einladung Ganz besonders an die Familien Auch ihr Die ihr zu Hause zuschaut Überlegt mal Ob ihr da nicht komplett als Familie kommt Dankeschön Und wo wir gerade bei Familien sind Heute ist ja Kindergottesdienst Und ich möchte nochmal die Eltern bitten Direkt bei dem letzten Segenslied Schon dorthin zu gehen Wo vereinbart wurde Die Kinder abzuholen Und dann auch relativ schnell Das Gelände der Gemeinde zu verlassen Wir singen jetzt zusammen noch ein Lied Deine Liebe trägt mich Und danach kommt noch was Spannendes Genau Vor dem nächsten Lied Eine kleine Ansage Wir haben nämlich eine ganz tolle Dame Hier in der Gemeinde Bettina Die sich mit Gebärdensprache auskennt Und für dieses Lied Hat sie Gebärden vorbereitet Das heißt alle Die hier in der Gemeinde sind Genau Können das gerne jetzt mitmachen Und lernen Halleluja Klatschen Dürft ihr gerne mitmachen Deine Liebe trägt mich Fässigt und erhebt mich Sie ist wie ein Felsen Auf dem ich sicher stehe Deine Liebe stärkt mich Sie ist sanft und zärtlich Ich kann es kaum fassen Sie wird nicht vergehen Halleluja 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 Du begeisterst mich Halleluja 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 Du begeisterst mich Deine Liebe spür ich Du bist immer für mich Ich bin überglücklich Du hast mich berührt Ich liebe deine Nähe Und wenn ich dich sehe Bin ich das Lieb des Himmels Dass jeder hört Dass jeder hört Halleluja 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 Du begeisterst mich Halleluja 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 Du begeisterst mich, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 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 Du begeisterst mich, Halleluja, 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 Halleluja. Du begeisterst mich, Halleluja, 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 Halleluja. Und hat natürlich auch eine ganze Menge zu sagen über das Thema Corona und über die rechtliche Seite. Und wir sind gespannt auf das Interview. Bei mir sitzt Johannes Greiser und darüber freue ich mich sehr. Danke, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Du bist Richter am Sozialgericht hier in Osnabrück und wir kennen uns aus dieser Gemeinde. Du warst eine Zeit lang Mitglied in dieser Gemeinde. Du hast uns sogar getraut, meine Frau. Richtig. Genau. Und vor, ich glaube, so drei, vier Jahren, zwei, drei Jahren habt ihr euch zur landeskirchlichen Gemeinschaft orientiert. Genau, so ist es. Und jetzt aus alter Verbundenheit hast du dich bereit erklärt, uns ein wenig Orientierung zu geben in Rechtsfragen. Ich habe nämlich Rechtsfragen und mit mir auch einige andere ganz bestimmt in diesen sehr besonderen Monaten, in dieser sehr besonderen Situation. Aber erst mal, wir fangen mal an mit einer persönlichen Frage. Also im März kam dieser sogenannte große Lockdown. Um die Ausbreitung von Covid-19 zu stoppen, hat unsere Regierung Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung erlassen. Und zwar so, wie wir das noch nie erlebt haben. Vor den rechtlichen Fragen, erzähl uns einfach mal, wie es dir persönlich ergangen ist oder wie hast du diese Wochen erlebt? Ja, also auch für mich war das natürlich eine besondere Zeit und das ist das auch immer noch in gewisser Weise. Auch ich war dann irgendwann im Homeoffice, auch bis über Ende April hinaus. Also unsere Gerichtsleitung war da sehr vorsichtig. Wir mussten uns dann immer vorher eintragen, bevor wir überhaupt ins Gericht durften und haben alle ganz überwiegend zu Hause gearbeitet und eigentlich nur, um die Akten zu tauschen, dann wirklich das Gericht aufgesucht. Ich fand es auch eine durchaus bedrohliche und verunsichernde Zeit, finde ich auch immer noch in gewisser Weise. Aber ein bisschen mehr Erfahrung haben wir mittlerweile ja und ja, so habe ich das wie die meisten anderen, denke ich, auch erlebt. Wir haben ja alle auch von diesen Nebeneffekten der Kontaktbeschränkung mitbekommen. Also es ist irgendwie klar, unsere Regierung wollte uns schützen und wollte die Ausbreitung der Infektionen ausbremsen. Aber schon ziemlich früh war klar und war auch, fand ich, so ein bisschen präsent, das hat auch andere negative Folgen. Also unsere Regierung musste irgendwie zwischen zwei Übeln zwischendurch navigieren und da gab es Menschen, denen irgendwie die Deck auf den Kopf gefallen ist. Es gab große Sorge über häusliche Gewalt, Ehen sind in Krisen geraten und natürlich vor allen Dingen Kulturschaffende, Kunst, Selbstständige, die sind so in eine Krise geraten, wirtschaftlich auch in eine Krise geraten. Genau und von daher ist es natürlich, ja ist so eine Debatte entstanden, wie verhältnismäßig diese Maßnahmen waren. Einfach so die Frage, kannst du das nachvollziehen, also diese Unruhe und auch die Sorge, dass diese Maßnahmen unserer Regierenden vielleicht zu scharf gewesen sein könnten? Also die Sorge kann ich erstmal verstehen und ich halte das auch für gesund und normal, dass Regierungshandeln in der Gesellschaft auch kritisch überprüft wird. Das gehört zu einer Demokratie dazu und die Maßnahmen waren extrem einschneidend, dass es da auch Widerspruch gibt, ist, denke ich, normal und auch gesund für eine Demokratie. Teilweise muss ich aber sagen, dass es über das Maß, was ich als sinnvoll ansehe, durchaus auch hinausgeht, was den Ton und auch die Maßnahmen teilweise angeht. Also die Vorstellung, dass wir in einer Diktatur leben, halte ich wirklich für abwegig und das ist etwas, wo ich es dann auch die Kritik nicht mehr so nachvollziehen kann, ganz persönlich. Das Grundgesetz wurde auch nicht ausgesetzt, darauf kommen wir gleich sicherlich nochmal zurück. Also ich kann das durchaus verstehen, aber manche Auswüchse finde ich auch zu krass, muss ich sagen. Okay, genau, wir sind mitten beim Thema, also es war eine einschneidende Situation, eben, ich sag mal, freie Ausbeübung der Religion. Jetzt also für mich als Pastor, Gottesdienste geht auf einmal nicht mehr, Gesang geht nicht oder irgendwie nur sehr eingeschränkt oder unter bestimmten Voraussetzungen. Wir haben das so als Bevölkerung erlebt, okay, wir, unsere Freiheiten, bestimmte Freiheiten werden eingeschränkt. Vielleicht kannst du uns mal so als Jurist sagen, um welche Rechte oder Grundrechte ging es eigentlich? Welche Rechte wurden hier eingeschränkt? Welche Rechte waren berührt? Also von den Grundrechten, wenn man mal von vorne durchgeht, haben wir gleich ganz am Anfang eines der prominenten Rechte, die sicherlich am meisten eingeschränkt wurden. Das ist die sogenannte allgemeine Handlungsfreiheit, wo drin steht, vor kurzem gesagt, man darf das tun, alles tun, solange es nicht verboten ist. Das wurde natürlich eingeschränkt. Die Religionsfreiheit hast du bereits genannt. Die Versammlungsfreiheit ist natürlich betroffen gewesen. Aber du hast es schon angesprochen, durch die ganzen einschneidenden Maßnahmen in Kultur und auch anderen Branchen, natürlich auch die Berufsfreiheit. Vielleicht interessant für dich, dass ich die Meinungsfreiheit da nicht zu zählen würde. Das im Einzelnen zu diskutieren ist schwierig, aber es ist nicht so, dass der Staat durch diese Maßnahmen jetzt konkret irgendwelchen Leuten das Debattieren verboten hätte. Und deswegen würde ich die dazu nicht zählen. Genau. Okay. Infektionsschutzgesetz. Also so für mich als Laien im ersten Moment oder irgendwie vor fünf Jahren, als Corona noch nicht so am Horizont aufgetaucht war, für mich klingt das wie so eine Winkelsache. Infektionsschutzgesetz, vielleicht eine abseitige EU-Verordnung. Wie kann es sein, dass ein Infektionsschutzgesetz bestimmte Grundrechte, ich sage mal so, als Laie umkegeln kann, außer Kraft setzen kann? Ja, also dazu muss man sagen, der Staat darf durchaus Grundrechte einschränken. Das ist völlig klar. Also das tut er auch dauernd. Also wenn man es mal ganz platt formuliert, jede Geschwindigkeitsbeschränkung ist eine Einschränkung in der eben genannten allgemeinen Handlungsfreiheit. Du darfst eben nicht mit 200 durch die Ortschaft fahren. Das ist eine Grundrechtsbeschränkung, auch wenn uns das in dem Moment nicht so vorkommt. Das darf der Staat und zwar ist er dadurch durch das Grundgesetz selbst ermächtigt. Also in diesen Grundrechten steht häufig, dass durch und aufgrund eines Gesetzes in diese Grundrechte eingegriffen werden darf. Das steht nicht bei allen Grundrechten, aber auch bei denen, wo es nicht steht, geht man davon aus, dass die Rechte anderer, also die Freiheit geht immer nur so weit, wie nicht jemand anderes betroffen ist, nicht dadurch beeinträchtigt ist. Und dieses Infektionsschutzgesetz, was du nennst, was vorher wirklich nicht viele kannten, ist eben genauso ein Gesetz. Und auf dieser Grundlage durfte man die Grundrechte durchaus grundsätzlich einschränken. Aber diese Schranken haben dann wiederum auch eine Grenze. Und diese Grenze hast du selbst eben schon selbst genannt. Die ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Also die Dinge müssen verhältnismäßig sein. Diese Einschränkungen, die Maßnahmen müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein. Und da kommen wir dann wirklich in den Bereich, wo es dann bei den einzelnen Maßnahmen natürlich schwierig werden kann. Da kann ich im Einzelnen gar nicht, auch gar nicht, also da müsste man dann sehr in die Einzelheiten gehen. Aber grundsätzlich beschränken darf der Staat Grundrechte. Es ist die Frage, wie weit er das darf. Es muss alles verhältnismäßig sein. Genau. Und von daher ist natürlich ein großes Feld zu debattieren. Was ist verhältnismäßig? Wie gefährlich ist die Infektion? Wie ist es mit der Ansteckungsgefahr? Klar. Und von daher ist es gut und gesund, dass es eine Debatte an dieser Stelle gibt. Das immer wieder natürlich auch überprüft werden muss. Wie weit darf die Einschränkung gehen? Wann sollte sie zurückgenommen werden? Nun gibt es eben ziemlich scharfe Proteste. Jetzt Ende August gab es eine große Demonstration in Berlin. Und da habe ich noch eine Erinnerung, die ist erst irgendwie polizeilich abgesagt worden. Und dann ist das durch Gerichte wieder gekippt worden. Und dann fand die Demonstration doch statt. Vielleicht kannst du uns da mal aufklären, was ist da so von den Instanzen unseres Staates her, was ist da eigentlich gelaufen? Oder wie siehst du das? Also es war so, dass die Polizei letztlich wegen des Anlasses der Demo, sich gegen diese Beschränkungen zur Wehr zu setzen, davon ausgegangen ist, dass die Maßnahmen zum Hygieneschutz, zum Infektionsschutz nicht eingehalten werden. Also die Polizei hat gesagt, die Erfahrung der bisherigen Demos und auch die Meinung der Leute lässt uns mit hinreichender Sicherheit sagen, dass die gegen die Maßnahmen verstoßen werden. Diese Prognose hat das Gericht als nicht ausreichend angesehen. Sie haben gesagt, die haben organisatorisch durchaus Vorkehrungen getroffen, dass das hinhauen könnte. Und ihre Meinung zu den Maßnahmen allein kann die Demonstration das Verbot nicht rechtfertigen. Letztlich muss man wahrscheinlich sagen, hat die Prognose der Polizei dann doch sich bewahrheitet, denn es wurde dann massiv gegen die Auflagen verstoßen und die Demo wurde ja aufgelöst. Aber es ist letztlich eine unterschiedliche Einschränkung dieser Prognose. Und da sind wir halt dann in den rechtlichen Fragen, ist das verhältnismäßig, müssen wir das wirklich verbieten oder gibt es ein milderes Mittel? Das ist die Erforderlichkeit, von der ich gerade sprach. Und es ist dann so, dass man immer das Mittel wählen muss, was am wenigsten einschränkt. Und es ist natürlich weniger einschränkend für die Versammlungsfreiheit, wenn man Anordnung macht, ihr müsst anderthalb Meter Abstand haben und Masken aufsetzen, als man sagt, wir verbieten die Demo ganz. Und dementsprechend hat das Gericht sich für die weniger einschneidende Maßnahme entschieden. Das ist ja eigentlich so ein Beispiel, so ein ganz grobes, vages Wissen aus meinem Gemeinschaftskundeunterricht früher. Genau, die Polizei ist Exekutive, ist aufgetreten und die Judikative, hat das sozusagen als Gegengewalt gewirkt. Genau. Und eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass so die Institutionen in unserem Staat funktionieren. Das würde ich auch sagen. Also gerade daran, also da auch wieder das Anknüpfungsbeispiel mit der Diktatur, in einer Diktatur ist es gerade so, dass die Justiz nicht frei ist und eben sowas, dass dann Maßnahmen der Regierung aufgehoben werden. Also Regierung ist die Exekutive, die dann wiederum vertreten wird irgendwie. Und also die Verwaltung ist eben auch Exekutive, genau wie du es gesagt hast. Und wir haben eine Gewaltenteilung, aber die Gewalten kontrollieren sich auch gegenseitig. Die Judikative kontrolliert hier die Exekutive und das klappt. Also nicht alle Anträge und Klagen kommen durch, aber es ist auch nicht so, dass nichts durchkommt. Das sieht man da ja in Berlin. Und das würde ich als gerade Gegenargument dafür werten, dass wir hier so starke Beschränkungen haben. Und die Leute haben ja auch demonstriert, die Demo wurde dann aufgehoben wegen Verstößen gegen die Auflagen, aber sie wurde nicht verboten. Und sie wird auch nicht verboten, weil jemand irgendeine Meinung hat, sondern weil dann der Infektionsschutz vielleicht nicht gewährleistet ist. Verhältnismäßigkeit, ich meine, das sind da so schwierige Felder. Welche Maßnahme ist verhältnismäßig? Es ist irgendwie auch eine intransparente Situation. Es ist irgendwie dieses Virus, es ist noch nicht erforscht. Man weiß noch nicht ganz genau, hat der Staat überreagiert, hat er nicht überreagiert, hat er unterreagiert. Schätzt du das so ein, dass da noch vielleicht eine Prozesswelle richtig zukommt auf die Gerichte, dass da noch viele Überprüfungen, viele Klagen auf? Ja, davon gehe ich schon aus. Also jetzt bei mir im eigenen Beritt sozusagen wird sicherlich das mit der Kurzarbeit irgendwann auch auf den Prüfstand gestellt werden. Man hat jetzt eher großzügig, denke ich, gewährt. Und dann ist es teilweise nachlaufend so, dass das dann überprüft wird und man merkt, dass es auch Trittbrettfahrer gegeben hat. Das war in der Wirtschaftskrise 2008, 2009 auch so. Und in anderen Bereichen wird es das sicherlich auch geben. Also da wird schon noch einiges auf uns zukommen, das denke ich schon, ja. Ja, unsere Gottesdienste hier heißt Salz und Licht, Christ sein in einer erschütterten Gesellschaft. Magst du dazu was sagen? Was denkst du, was für uns Christen, was für die Gemeinden wichtig ist im Moment in dieser Situation? Ja, das ist natürlich keine so leichte Frage. Da komme ich natürlich auch von meinem, zumindest von meinem beruflichen Feld weg und bin mehr als Christ selbst, als Privatperson gefragt. Und ich denke, dass Christen, ohne dass ich da jetzt irgendwas vorschreiben will, schon besonnen reagieren sollten, denke ich. Und wir haben nun mal eine gewisse Spaltung, die sich zeigt und auch noch wahrscheinlich verschärfen wird. Da zu vermitteln, wie du es auch schon angedeutet hast, das, denke ich, wäre eine wichtige Rolle, die wir da annehmen können. Und dementsprechend wäre es wahrscheinlich gut, dass wir nicht als Leute auftreten, die noch den Konflikt verschärfen. Und ja, so würde ich das, glaube ich, kurz gesagt sehen. Vielen Dank, Johannes. Ich will gerade ein Gebet sprechen, ja, für unsere Situation, auch für deine Arbeit. Ja, gerne. Jesus, du hast es gesagt, dass wir als Christen Salz der Erde, Licht der Welt sind. Ich danke dir für Johannes, ich danke dir für seinen besonderen Blick auf diese Situation als Jurist. Ja, Vater im Himmel, du hast immer für Gerechtigkeit gestanden und für die Wiederherstellung von Recht und für die Aufrichtung von Gebeugten und Benachteiligten. Wir beten für unser Land, für unsere Entscheidungsträger, auch für die Juristen, um deinen Schutz, um deine Führung. Und ja, wir danken dir für diese Gelegenheit. Amen. 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 Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich möchte euch ganz herzlich jetzt zum Lobpreis einladen. Auch wenn ihr nicht mitsingen könnt, jetzt beim ersten und beim letzten Lied dieses Lobpreis-Blogs hat Bettina für uns nochmal die Gebärden dazu vorbereitet. Und ich lade euch einfach ein, dass ihr aufsteht, dass ihr mitmacht und Gott in diesen Gebärden und bei den anderen Liedern aber auch einfach im Gebet, im Hände heben, aber auch im Sitzen, wenn ihr mögt. Gott einfach begegnet. Egal wie hoch der war, egal wie stark der fein, ich weiß, mein Gott hat für sie. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen nicht verdrehen, ich weiß, alle Töten zerspringen. Ich höre nicht immer mehr zu verstehen, wer du bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer. 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 Egal wie hoch der war, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Und wie hoch die Mauern sind und Sorgen nicht verdrehen, ich weiß, alle Ketten zerspringen. Ich lehre nicht immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist größer als Angst. Mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist größer als Baby, größer als Herz. Mein Gott ist der Größte, mein Gott ist der Größte, ja ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist sicher in Ewigkeit. Mein Gott ist größer, mein Gott ist größer, mein Gott ist größer, mein Gott ist größer. Heilig, heilig, das Lamm Gottes, das geopfert ist. Lob und Ehre sei dir dem König auf dem Gnadenton. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich, den König. Du bist mir alles Herr und ich will dich ehren. Deine Schönheit ist unbeschreiblich, dein Licht strahlt heller als die Sonne. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Heilig, 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 heil Wenn dein Name auch nur erwähnt wird, wirkst du Wunder unter uns. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben, welch ein Geheimnis erbliehnt sich. Heilig, 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 ist der Herr Gott so wichtig, der Wart ist und der da kommt. Die ganze Schaffung sinkt und reißt dich im König. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben, welch ein Geheimnis erbliehnt sich. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben. For I am yours, and you are mine. Oh, 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 Jesus, you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. And I will call upon your name. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, 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 Jesus, you are mine. You are mine. Oh, 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 Jesus, you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Savior Spirit, lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Savior Spirit, lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Savior Oh, Jesus, you are my God And I will call upon your name And keep my eyes above the waves When oceans rise, my soul will rest in your embrace For I am yours And you are mine Oh, Jesus, you are mine You are mine You are mine You are mine Wir wollen jetzt eine Gebetzeit haben Und jeder darf von seinem Platz aus gerne beten Jeder ist uns ja noch erlaubt Das, was euch auf dem Herzen liegt Das, was wir uns als Gemeinde teilen wollen Vater, ich danke dir, dass wir hier als Gemeinschaft sein dürfen Dass wir zusammen dich anbeten dürfen Wenn auch laut und leise gleichzeitig Und dass du uns weiter in die Möglichkeit lässt Dass wir hier wirklich zusammen weinen dürfen Und dass wir deine Gegenwart erleben dürfen, Vater Ich bitte dich, dass du in unser Herzen sprichst Und dass du uns heute und hier und jetzt begegnest, Vater Sei es bei den Kindern draußen Und bei den großen Kindern Deinen Kindern Und hinter den Bildschirmen, Vater Vater, ich danke dir, dass wir an deiner Hand aufs Wasser gehen dürfen Dass wir an deiner Hand einfach uns fallen lassen dürfen Dass die Wellen, so groß wie sie auch sein mögen Einfach keine Chance haben, weil du da bist Und weil du uns an deine Hand nimmst Und wir einfach voll Vertrauen dir hinterherlaufen dürfen Und ich bitte dich, dass wir immer mehr aufs Wasser gehen Dass du uns einfach Mut machst Und dass wir nicht aufhören Sondern dass wir dir hinterherlaufen Und ein neues Land einnehmen So wie du es uns zugesagt hast Und ich bete einfach für Ermutigung Und für ganz viel Kraft und Power Dass die Ängste und Sorgen weichen müssen Und dass wir als Gemeinde ein neues Land einnehmen dürfen Danke, dass du uns gesetzt hast Hier in diese Gemeinde Und dass wir dir dienen dürfen Ja, Herr, ich danke dir auch Dass wir deine Kinder sind Aber es gibt so viele Menschen, die dich nicht kennen Und ich möchte dich auch bitten Dass du uns erfüllst Ganz neu erfüllst Mit deiner Kraft und deinem Mut Und ja, nimm uns Menschenfurcht Dass wir wirklich von dir erzählen Dass wir Licht und Salz sein können In unserer Umgebung Da, wo du uns hingestellt hast Ja, Herr, dass Menschen nicht verloren gehen Herr, dass uns das immer wieder klar werden Ja, dass wir nicht zurückhalten Von dir zu erzählen Sondern dass wir deine gute Botschaft Dich verkünden, Herr Dass du der einzige wahre Gott bist Der Lebendige Der gekommen ist, um uns zu erlösen Halleluja Danke dafür Herr Jesus, ich danke dir dafür Dass wir hier mit dir Gemeinschaft haben dürfen Bitte gebrauchen Bitte gebrauchen mich und uns alle auch Als dein Salz und dein Licht Und wir wollen dich ehren Und wir wollen dich erheben Wir wollen dich loben, weil du es verdienst Und wir wollen dir einfach Dank sagen Dass du bei uns bist Dass du uns errettet hast Ja, Herr, ich merke Wie schwer es doch ist Loszulassen Und so möchte ich dich bitten Dass du uns hilfst Loszulassen Dass wir dir ganz vertrauen Ja, dass wir wirklich deine Kinder sind Dass wir deine Kinder Die Kinder werden Und dass wir dir einfach blind vertrauen Dass wir alles, was uns Was wir kontrollieren wollen Dass wir es jetzt abgeben Dass wir es hinlegen vor dir Und sagen Jesus, wir können nicht Mach du es bitte Mach du es bitte Und wir vertrauen dir alles an Wir vertrauen dir unser Leben an Wir vertrauen dir jede Situation Wir vertrauen dir einfach vollkommen Ja, denn du bist gut Und du machst es gut Und Jesus, du hast es angeboten Ja, komm mit Herzen Wir alle gemüse, ich bin ergernd Ich will euch erquicken Und das wollen wir tun Wir wollen es dir geben Ja, wir wollen dir alle unsere Sorgen Mit dem Leben geben Danke, dass du es übernimmst Amen Amen Zu diesem Lied gibt es auch nochmal ein paar Gebärden. Das, was mich atmen lässt, das, was mich atmen lässt, ist deine Nähe. Die mir lebt, nochmal, das, was mich atmen lässt, das, was mich atmen lässt, ist deine Nähe. Ja, die Himmel lebt. Nach dir verzehre ich mich. Denn mich, mir nichts ohne dich. Das ist mein täglich Buch. Das ist mein täglich Buch. Dass ich verstehe, was du mir sagst. Nach dir verzehre ich mich. Nach dir verzehre ich mich. Denn ich bin nichts ohne dich. Das ist mein täglich Buch. 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 Dass ich verstehe, was du mir sagst. Nach dir verzehre ich mich. Denn ich bin nichts ohne dich. Denn ich bin nichts ohne dich. Das ist mein täglich Buch. Dichte von mir. Tr PHIL SHIT. Amen. Das ist mein täglich Brot, dass ich verstehe, was du mir sagst. Es gibt jetzt was zu beißen und es gibt jetzt was zu kauen. Und ich warne euch sicherheitshalber mal vor, manches von dem, was ich gleich sagen werde, wird mir leicht fallen zu sagen, anderes wird mir schwerer fallen zu sagen, einiges wird mir auch unbehaglich sein. Einiges von dem, was ich sage aus dem Wort Gottes, es wird dir schmecken, da wirst du nicht so viel dran zu kauen haben und es wird auch Dinge geben, da wirst du vielleicht sogar einen leichten Würgereiz oder so empfinden. Da wirst du schwer dran zu kauen haben, es wird dir vielleicht schwer im Magen liegen und ich möchte trotzdem Mut machen, dran zu bleiben, auch zu Hause. Also ihr könnt das tatsächlich umsetzen, wenn es euch zu bunt wird oder wenn ihr eben starken Würgereiz empfindet, dann könnt ihr einfach euch rausklicken. Hier kann man das auch, man macht das ein bisschen anders, man kann innerlich aussteigen. Ich ermute euch trotzdem dran zu bleiben. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dass sie uns kritisiert. Oder um es mit Luther zu sagen, die Schrift ist ein Kräutlein, wenn man es reibt, duftet es. Also gerade da, wo vielleicht eine kritische Reibung entsteht, wo wir kauen müssen, was uns schwerfällt, einfach so zu schlucken, da wird es eigentlich spannend und ich möchte Mut machen, vielleicht sogar eher das, was dir nicht so liegt, an den Bibelworten, die ich gleich lesen werde oder an den Gedanken, die ich euch mitgebe, eher das mitzunehmen, was euch nicht so liegt und daran zu arbeiten und zu kauen. Ich will es auch versuchen. Im ganzen Land waren Verschwörungstheorien unterwegs. Es gab da diese geheime Gesellschaft, die sich in esoterischen Zirkeln in allen größeren Städten traf, darunter nicht wenige Personen mit Einfluss. Man befürchtete, sie könnten die Weltherrschaft übernehmen. Diese Leute trafen sich heimlich in irgendwelchen Hinterzimmern und hielten ausgiebige Mahlzeiten. Ihnen wurde vorgeworfen, ihrer Gottheit Kinder zu opfern und deren Blut zu trinken. Sie hatten dubiose, teils familiäre Verbindungen in höchste Regierungskreise, deshalb fürchtete man ihren Einfluss. Sie schienen über unheimliche magische Kräfte zu verfügen. Man verdächtigte sie exzessiver Sexualpraktiken, weil man ihre innige Verbundenheit wahrgenommen hatte und sich daraufhin ausmalte, was sie wohl hinter verschlossenen Türen trieben. Schließlich erfüllten sich die schlimmsten Befürchtungen. Die Schattenregierung der Christen übernahm 324 durch ihren Strohmann Kaiser Konstantin die Weltherrschaft. Ihr habt richtig gehört, die Christen der frühen Kirche pflegten keine Verschwörungstheorien. Sie wurden bezichtigt, Verschwörer zu sein. Über sie waren Verschwörungstheorien im Umlauf. So nachzulesen in Tertullians Apologetikum aus dem Jahre 197 nach Christus. Die Christen galten im römischen Staat als eine unheimliche, subversive Gesellschaft. Teilweise wurden sie eben auch der Unmoral bezichtigt. Und der römische Staat reagierte je länger, desto schärfer. Ziemlich scharf. Mit Sanktionen, mit Verfolgung, mit Prozessen, mit Hinrichtungen. Und auch die Bevölkerung reagierte mit Ausschreitungen und mit Pogromen. Wie haben eigentlich diese frühen Angehörigen der Jesusverschwörung selbst ihr Verhältnis zum Staat beschrieben? Ich lese als Predigtext aus Römer 13, die Verse 1 bis 4. Jeder soll der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat, den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sich nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen? Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin. Und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Wir beten. Das ist mein täglich Brot, das ich verstehe, was du mir sagst. Wir danken dir, dass dein Brot zur Verfügung steht. Wir danken dir, dass wir dein Brot haben, dein Wort, das, was uns nährt und was uns aufbaut und stärkt. Wir danken dir so sehr dafür. Herr, aber wir beten, hilf uns, dass wir uns dieses Wort richtig zuführen können. Dass wir hören und verstehen, was du uns sagst. Geist Gottes, wir laden dich ein, jetzt zu kommen und zu wirken, hier und zu Hause an den Bildschirmen und vor den Lautsprechern. Und wir laden dich ein, auch die Bibelworte richtig zu verteilen. Du weißt, wer von uns welches Wort genauer hören muss. Wir bitten dich um dein Wirken. Rede du, lieber Herr. Amen. Ja, Corona und die staatlichen Gegenmaßnahmen. Wir haben diese Polarisierung in der Gesellschaft und wir haben sie auch in den Gemeinden. Und vielleicht wird der Ton auch noch schärfer werden. Wir haben ja im Moment wieder so einen leichten Anstieg an Messungen, an Zahlen. Heute knapp 100 bestätigte Fälle in Stadt und Landkreis Osnabrück. 1806 Personen in Quarantäne in Stadt und Landkreis. Das ist schon allerhand. Das ist wieder deutlich nach oben gegangen. Genau, diese Situation ist ein wichtiges Thema in unserem Leben, weil das einfach unseren Alltag sehr stark bestimmt. Und unser Alltag sehr stark verändert worden ist. Dennoch, heute der Abschluss dieser Serie. Man könnte das wahrscheinlich endlos fortsetzen. Aber es beschäftigt uns auch genug schon im Alltag. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich muss mich nicht auch noch sonntags damit beschäftigen. Ja, nach dem Interview mit einer genesenen Corona-Patientin, einem weiteren Interview mit einem Mikrobiologen vor 14 Tagen, kam heute ein Richter zu Wort. Und daher beschäftigt uns heute die Frage, was für ein Verhältnis ist von uns als Gläubigen, als Gemeinden zum Staat gefordert? Was sagt Gottes Wort über das Verhältnis von Gemeinden und von uns als einzelnen Gläubigen zu dem Staat, in den Gott uns hinein platziert hat? Sollen wir unseren Staat, gerade in dieser Situation, sollen wir ihn stützen, unterstützen? Ist Loyalität von uns gefordert oder Opposition oder vielleicht sogar Widerstand? Und ist das überhaupt eine Frage des Glaubens? Es ist eine Frage des Glaubens, einfach auch weil Gottes Wort sich tatsächlich dazu äußert. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt, diese Frage, wie du diese Lage einschätzt, die Gefährdungslage durch diese Pandemie oder auch die Regierungsmaßnahmen, haben gesagt, es sei keine Frage des Glaubens und man kann in unserer Gemeinde unterschiedlicher Meinung darüber sein. Das Letzte möchte ich unbedingt bekräftigen. Es ist völlig gesund und normal, dass es in dieser Phase, dass es hier unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema gibt. Dass es keine Frage des Glaubens ist, möchte ich in gewissen Grenzen zurücknehmen. Einfach weil wir natürlich als Gläubige alles, was wir erleben, über der aufgeschlagenen Bibel und auch im Gebet bedenken. Von daher sind eben auch diese alltäglichen Dinge und vor allen Dingen eben so starke Veränderungen unseres Alltags, sind sie natürlich auch Fragen unseres Glaubens. Aber mir ist nochmal wichtig, als Grundton, dass wir diese Fragen und diese Meinungsverschiedenheiten nicht so stark in das Zentrum unseres Glaubens rücken. Dann würde der Ton schärfer werden und darüber möchte ich heute eigentlich nochmal über der aufgeschlagenen Bibel mit euch sprechen, warum das gerade nicht so ist aus unserer Sicht, warum wir in dieser Sache einander Leine lassen können. Wir haben eine Positionsbestimmung als Gemeinde vorgenommen. Wir versuchen, so gut es geht, uns loyal zu unserer Regierung zu verhalten. Insofern ist für uns tatsächlich Römer 13, die ersten Verse, für uns das Wort der Stunde, was auch hierher gehört, dass es wichtig ist, unseren Staat zu stützen. Das merkt ihr, wir haben Hygienekonzepte uns ausgedacht und arbeiten daran. Keiner von uns hat daran besonderes Vergnügen. Ich kann manchmal Pickel kriegen dabei. Also das macht keinem von uns Spaß. Also auch wenn wir sagen, wir versuchen hier diese Verordnung umzusetzen, wir leiden mit allen anderen auch daran. Es hat unser Leben wirklich umständlich gemacht. Ich habe es vorhin, wie jemandem zwischentürt und eigentlich gesagt, es ist auch für mich als Pastor, der ich so Verantwortung trage, auch für diesen Gottesdienst, es sind so viele Dinge mehr, die ich im Kopf haben muss und irgendwann mal ist auch der kleine Automat da oben einfach zu mit Informationen und es ist einfach mehr geworden durch diese ganzen Verordnungen. Wir sehnen definitiv alle das Ende herbei. Unser Anliegen, das entspricht ganz dem Ende dieses Interviews mit Johannes Greiser. Es ist uns wichtig, dass wir einen Beitrag leisten als Christen in dieser Situation mit einer polarisierten Gesellschaft, mit einer erschütterten Gesellschaft und dass wir Salz und Licht sein können. Und ich denke, dass das auch ein Auftrag ist für uns als Gemeinde, an dieser Stelle Spannung zu lösen, zu deeskalieren, mit zu unterstützen, gerade auch in dieser Polarisierung. Schauen wir nochmal hin, wie ordnet Paulus die christliche Gemeinde und den Staat zu? Sehr deutliche Worte, wie ich finde. Es gibt ja so Bibelstellen, da muss man sehr weit ausholen, um irgendwie das zu erklären, was da steht. An dieser Stelle muss man als Ausleger eigentlich nicht sehr viel sagen. Es ist relativ, deutlich, relativ klar. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Also, das ist einmal ein Grundton. Dem einen wird es schwerer fallen, das zu hören, dem anderen wird es leichter fallen. Der andere wird vielleicht sagen, ja, endlich sagt es mal jemand in dieser Situation hinein. Wie auch immer du das hörst, aber das ist ein Grundton, der uns aus dem Wort Gottes entgegenkommt. Loyalität gegenüber dem Staat, Einordnung, Unterordnung. Paulus hatte kein Königreich mit irgendwie einem frommen König vor Augen, sondern er hatte den römischen Staat vor Augen. Einen heidnischen Staat mit einem Kaiserkult. Wir würden sagen, mit gewissen okkulten Praktiken sogar irgendwie eingebaut. An anderen Stellen, in diesen Briefen, da geht es um Götzenopferfleisch und komische Kulte und wo sich die Christen raushalten sollen. Und trotzdem sagt Paulus hier sehr deutlich, ordne dich ein, ordne dich unter. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. An der Stelle atme ich auch ein bisschen schwer, wenn ich mir so manchen Staat aktuell oder aus der Geschichte ansehe. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Das ist echt scharf. Also Paulus sagt hier im Grunde genommen, ob du Gott gehorsam bist, ob du dich Gott unterwirfst, das zeigt sich daran, ob du dich den staatlichen Ordnungen, Verordnungen, ob du dich einfügst, ob du dich loyal verhältst. Nochmal, es ist kein jüdisch-christlich geprägter Staat, es ist das römische Reich. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an das Interview mit unserem Mikrobiologen Dr. Jörg Greie. Und er hat das wirklich auch in dieser Zuspitzung gesagt. Ich finde, er hat es vorsichtig gesagt, aber ich kann jeden verstehen, der anderer Meinung ist und wo sich etwas in ihm aufbäumt an der Stelle. Aber er hat genau diese zugespitzte Frage gestellt. Könnte es sein, dass in deinem Widerstand gegen diese ganzen Verordnungen, wie gesagt, emotional kann ich das total verstehen. Das macht unser Leben so unverständlich. Aber er hat diese Frage gestellt, könnte es sein, dass in deinem Widerstand gegen diese Ordnung auch generell sich dein Widerstand gegen Fremdherrschaft, gegen eine Herrschaft Gottes zeigt. Und könnte es sein, dass die Stimme, die dir sagt, du weißt doch selbst, was gut für dich ist, du kannst es doch selbst bestimmen für dein Leben, ob es vielleicht die Stimme der alten Schlange ist, die Eva und Adam zugeflüstert hat und zu dieser ersten Übertretung des Gebotes Gottes führte. Ich bitte das einfach als Frage und nicht als Urteil zu hören. Also ich möchte das niemandem unterstellen, der sich im Moment eher im Widerstand innerlich oder vielleicht auch aktiv bewegt gegen diese Verordnung. Ich möchte das niemandem unterstellen, dass er das aus einer Rebellion gegen Gott heraus tut. Aber ich lade dich ein, diese Frage mal auszuhalten, die uns hier sehr deutlich aus dem Wort Gottes entgegenkommt. Wie kommt man nun trotz Römer 13 und der völlig eindeutigen Weisung zur Loyalität gegenüber dem Staat darauf, dass es im Moment geboten sein könnte, als Christ in die Opposition gegen die Regierungsmaßnahmen zu gehen? Vielen Dank für die Frage. Römer 13 ist nicht die einzige neutestamentliche Äußerung über das Verhältnis der Jünger Jesu zum Staat. Also, wenn wir irgendeine bestimmte Frage haben, die uns beschäftigt aus unserem Alltag, wie sollen wir uns zu unserem Staat verhalten, wie sollen wir uns zu diesen Verordnungen verhalten, ist es immer gut, eine Bibelstelle anzusehen, aber dann auch ein paar Schritte zurückzugehen und gucken, sagt das Wort Gottes noch an anderen Stellen etwas über das Verhältnis zum Staat. In Psalm 119 heißt es, die Summe des Wortes Gottes ist Wahrheit. Die Summe des Wortes Gottes ist Wahrheit. Wenn wir eine Frage an Gott stellen, an die Bibel stellen, wenn wir nachlesen, dann ist es immer gut, breit zu gucken, wo überall sagt das Wort Gottes etwas zu unserer Frage. Ich zeige euch ein paar andere Stellen, wo es auch um das Verhältnis zum Staat geht. Bitte jetzt nicht erschüttert werden. In Offenbarung 17 wird genau derselbe römische Staat, den Paulus in Römer 13 als Dienerin Gottes bezeichnet, als Hure Babylon beschrieben, als widergöttliches Monster. Da startet man schon nach Luft. Auf der einen Seite Römer 13, Gottes Dienerin und auf der anderen Seite, Offenbarung 17, 18, Hure Babylon, ein widergöttliches Monster. Beides finden wir in dem selben Neuen Testament und beides bezogen auf den römischen Staat. Es ist sicher auch daraus zu erklären, dass ein paar Jahrzehnte zwischen Paulus und seinem Römerbrief und der Offenbarung ins Land gegangen sind und dass sich die Situation vielleicht auch lokal insgesamt geändert hat. Das Mandat an die Gemeinde in dieser Zeit, ich gehe mal wieder hier hin, In dieser späteren Zeit, in dieser späteren Phase, Offenbarung 17, heißt nicht, ordnet euch unter, sondern geht hinaus. Offenbarung 18, Vers 4, eine klare Mahnung, rauszugehen. Ich denke, da ist vor allen Dingen auch so, wie ich die Kapitel im Hinterkopf habe, da geht es darum, sich nicht mitschuldig zu machen mit diesem Staat, mit dieser Regierung. Es geht darum, wenn man so will, in einen passiven Widerstand tatsächlich zu gehen und bestimmte Dinge nicht mitzumachen. Ja, also an der Stelle denke ich, haben wir sehr schnell vor Augen aktuell unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Regierungen und auch aus der Geschichte. Selbstverständlich, wir haben ja in unserem Land auch ein sehr, sehr dunkles Kapitel und es gab Gläubige, die hatten diesen Instinkt und die waren wachsam vor 80 Jahren und sie hatten das Gespür, hier ist jetzt eher Offenbarung 17 angesagt und hier geht es darum, bestimmte Dinge nicht mitzumachen. Es gab damals auch Gläubige, die argumentiert haben, man muss sich diesem Staat unterordnen. Aber im Nachhinein ist deutlich geworden, das war die richtige Entscheidung, in den Exodus zu gehen und in den Widerstand zu gehen. Dietrich Bonhoeffer ist sicher das prominenteste Beispiel. Er hat diesen Weg gewählt, nicht nur eines passiven Widerstandes, er hat sich sogar mit dem Thema des Tyrannenmordes beschäftigt und hat sich an einem Attentat an Hitler beteiligt. Ein Grenzgang, den er sehr stark, er war eben auch Akademiker, den er sehr stark durchdacht hat. Da gibt es natürlich auch große Debatten darüber, ob das angemessen ist oder nicht. Aber was wir festhalten können oder was wir eben an der Stelle aus der Geschichte lernen können, es gibt tatsächlich Situationen, wo von der Gemeinde und von Christen eher gefordert ist, dem Staat eben sich nicht loyal zu verhalten, sondern in eine Opposition zu gehen, zumindest in einen passiven Widerstand und Dinge nicht mitzumachen. Der Ausruf, nein, erst mal, Apostelgeschichte 5,29, prominentes Beispiel, die Apostel vor dem Hohen Rat, sie bekommen eine Weisung, könnte man sagen, von der lokalen Regierung, nämlich nicht über Jesus zu reden und sie antworten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist kein loyales Verhalten gegenüber dem Staat. Der Ausruf der ersten Christen, das erste Bekenntnis lautete, Kyrios Jesus, Herr ist Jesus und man kann es auch hören, Kaiser ist Jesus. Und das in einem Staat, wo der Kaiser als Gottheit angebetet wurde. Ihr könnt euch denken, dass das auch ein bisschen subversiv rüberkam, wenn Leute, als ihr Bekenntnis gesagt haben, Kaiser ist Jesus, Kanzler ist Jesus, Jesus for President, irgendwie so, würde das in unseren Ohren klingen. Hatte eine subversive politische Komponente. Dann ist mir noch über den Weg gelaufen, 2. Mose 23,2. Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen. Also dieses einfache, klare Gebot hält fest diese Beobachtung. Es kann sein, dass sich die Masse, dass sich die Mehrheit in eine falsche, in eine gefährliche Richtung entwickelt. Und dass es dann für Menschen, die vor Gott und mit Gott unterwegs ist, angebracht sein kann, bestimmte Wege nicht mitzugehen. Auch da, wenn man so will, in eine Opposition zu gehen. Lass uns das nochmal durchdeklinieren. Wenn die Mehrheit in eine bestimmte Richtung geht, dann heißt das, dass auch die Gelehrten, dass auch die Eliten in eine bestimmte Richtung gehen. Und es kann sein, dass es die falsche Richtung ist. Auch dafür gibt es in der Geschichte, daraus kann man lernen, gibt es eindrückliche, erschütternde Beispiele. Und deshalb ist es für uns als Christen immer gut, wachsam zu sein und zu gucken, wo sind wir? Sind wir, müssen uns eher nach Römer 13 verhalten? Oder sind vielleicht irgendwelche Entwicklungen da, die in Richtung Offenbarung 17 gehen? Einfach, wir müssen diese beiden Positionsbestimmungen, müssen wir wie zwei Leitplanken im Blick behalten. Immer. Also Opposition gegenüber dem Staat aus dem Glauben heraus, kann angebracht sein, je nach Situation. Und ich habe schon gesagt, ich persönlich oder auch wir als Gemeinde, wir haben uns in dieser Situation eher für Römer 13 entschieden. Und für mich ist es angebracht, deshalb mich ein wenig an Offenbarung, vielleicht auch sogar mehr an Offenbarung 17 zu reiben und mich damit auseinanderzusetzen. Und wenn du in deinem Glauben sehr stark bei Offenbarung 17 unterwegs bist und die ganze Entwicklung eher in diesem Horizont siehst, dann empfehle ich dir für deine persönliche Lektüre Römer 13. Das ist gut. Es ist gut, ne? Die Schrift ist ein Kräutel, wenn man es reibt, duftet es. Die unbequeme Frage, die ich mir so ein bisschen aus der Ecke stellen lassen muss, ist, der ich hier stehe bei Römer 13, kann es sein, dass ich nicht wirklich wachsam bin, kann es sein, dass ich irgendwo mitlaufe und mitmarschiere mit der Mehrheit in eine bedenkliche, in eine gefährliche Richtung. Das höre ich mir nicht gern an, also das ist mir auch unangenehm. Aber ich möchte das aushalten, möchte das lernen, möchte das auch üben, mir diese Infragestellung anhören zu lassen. Verhältnis zum Staat, Loyalität oder Opposition. Welches Bild von Staat, Justitia, Gottesdienerin, Gerechtigkeit oder Hure Babylon, was darf es jetzt eigentlich sein? Wo stehen wir in der Entwicklung? Was macht unser Staat eigentlich und wo steht er? Ist in dieser Situation der Corona-Pandemie und der staatlichen Gegenmaßnahmen eher Loyalität oder Opposition gefordert? Und meine Antwort, ja. Also ich schlage heute einen Haken um eine finale Antwort, einfach weil ich heute ein anderes Anliegen habe. Es hat sich so ein bisschen durch die anderen Gottesdienste durchgezogen. Auch wenn ich sehr deutlich gemacht habe, dass wir hier eher so stehen, ich persönlich und wir als Gemeinde auf der Römer 13 Seite, habe ich heute ein starkes Anliegen, dass wir Verständnis haben für Menschen, die eher hier unterwegs sind. Mir ist es wichtig, um Verständnis zu werden. Und andersherum auch, wenn du eher dastehst, dass du Verständnis hast für Menschen, die sich eher hier einsortieren, für Gläubige, die sich eher hier einsortieren. Wir wollen immer gerne Spannungen auflösen. Spannungen sind unangenehm. Das ist doof, wenn man auf eine Entweder-Oder-Frage die Antwort Ja bekommt. Das ist einfach frustrierend, enttäuschend. Spannung auszuhalten ist blöd. Unklare Situationen auszuhalten ist blöd. Aber ich möchte euch einladen, dass wir versuchen, so sage ich es mal, diese Spannung gut zu gestalten. Es gibt Probleme, die kann man lösen. Und es gibt Spannungen, die muss man aushalten und da muss man gucken, wie man die miteinander gestaltet. Und ich glaube, ich meine zu ahnen, dass Gott uns genau darin, in dieser Unsicherheit und in dieser Spannung als Gemeinden gebrauchen will und dass da unser Auftrag liegt. Wir sehen eine Polarisierung in der Gesellschaft. Wir sehen, dass der Ton schärfer wird. Diese Polarisierung, die ragt in unsere schöne Gemeinde hinein. Und in alle Gemeinden, auch was ich mich so umhöre, wenn ich mir anhöre oder ansehe, was in anderen Gottesdiensten läuft, was andere geistliche Leiter sagen, ich nehme das überall wahr, dass diese Polarisierung aus der Gesellschaft in Gemeinden hineinragt. Was wir tun können, wir können was Besseres tun, als uns gegenseitig über den Tisch zu ziehen oder uns gegenseitig unter Druck zu setzen. Was wir tun können, ist eben, wir können lernen, wir können bewusst das zu unserer Aufgabe machen, das zu kultivieren und einen guten Umgang damit zu pflegen. Ich denke, das ist die Art und Weise, wie wir Salz und Licht in der Gesellschaft sein können, dass wir hier mit dieser Spannung, die schwer auszuhalten ist, dass wir hier einen anderen Umgang damit üben als in unserer Gesellschaft. Warum ich meine, dass wir das aushalten können? Es gibt gute Gründe dafür, dass wir die Spannung, diese Meinungsverschiedenheit aushalten können, wie ich meine. Zum einen ist das Verhältnis des Gläubigen zum Staat oder das Verhältnis der Kirche zum Staat eigentlich kein zentrales Thema des Glaubens. Wir sind nicht mehr vorrangig Bürger der Bundesrepublik Deutschland, sondern nach dem Wort Gottes sind wir Bürger des Himmelreichs und das sollte für uns mehr Gewicht haben und das kann uns im Moment helfen, wenn wir uns stärker darin gründen, dass wir Bürger des Himmelreichs sind. Ja, es kann eine Hilfe sein. Ich hatte mal eine französische Staatsbürgerschaft, die habe ich irgendwann mal aufgegeben von meiner Mutter her, eine doppelte Staatsbürgerschaft, irgendwann mal habe ich die aufgegeben. Also wenn man eine doppelte Staatsbürgerschaft ist, dann kann das eine Hilfe sein, wenn ein Staat irgendwie gerade in Schwierigkeiten gerät. Es ist nicht schlecht, wenn man noch eine andere in der Hinterhand hat. Wir sind nicht nur Bürger der Bundesrepublik Deutschland, wir sind Bürger des Himmelreichs und in einer Situation, wo unser Staat in Schwierigkeiten gerät, ist das eine Hilfe. Es kann uns entlasten, es kann uns ein Stück Frieden geben in dieser Situation. Zweitens, durch Christus sind wir eigentlich aus unserer Fixierung auf Gebote gelöst. Die neutestamentischen Briefe sind voll davon, dass wir eigentlich, dass dieses starke Verbundensein mit Gesetzen, Vorschriften und Geboten, dass das nicht der Takt ist, nachdem wir als Christen noch tanzen. Wir tanzen mit Jesus und da geht es nicht mehr zwanghaft darum, dass irgendwie jeder kleine Tanzschritt stimmt. Gebote, Vorschriften sollen für Gläubige nicht mehr so dieses große Gewicht haben. Natürlich sind sie da, wir bewegen uns irgendwie darin, aber sie sollten nicht mehr so das Gewicht haben. Ich führe an der Stelle immer, das mache ich jetzt auch, gerne meinen kleinen Bruder an. Mein kleiner Bruder ist Steuerberater. Ich kenne mich mit Zahlen nicht gut aus. Steuerrecht ist furchtbar kompliziert und in Deutschland am kompliziertesten. Ich könnte mir die Mühe machen, den direkten Kontakt zum Steuerrecht zu suchen und alles zu klären. Ich würde wahnsinnig werden. Aber ich habe einen Bruder und ich pflege die Beziehung zu meinem Bruder und ich lade ihn mal ein ins Kino oder zum Essen und dann hält er mir diese ganzen Vorschriften vom Leib und er sorgt dafür, dass ich entsprechend dieser Vorschriften irgendwie alles regle. Und genauso ist das mit Jesus. Wir können uns verlieren in einem Vorschriften- und Verordnungssalat. Auch jetzt. Natürlich müssen wir uns damit beschäftigen, aber wir müssen uns nicht mehr so daran verlieren. Wir können uns mit Jesus beschäftigen und er wird uns in dem allen auch helfen und Klarheit schenken und uns einen guten Weg darin schenken. Also Gebote sind einfach nicht mehr so unser Thema. Dritter Grund, das größere Unrecht in unserer Gesellschaft, die schwerwiegenderen Dinge und Themen, die liegen, meine ich, anderswo als im Bereich von Infektionsschutz oder Meinungsfreiheit oder wo auch immer dir etwas wehtut an Verordnung. Lebensschutz ist das größere Thema, was am Ende des Lebens passiert und zugelassen wird, mit Alten, Schwachen und Kranken und auch am Beginn des Lebens. Abtreibung. Ich bin in Business Mark überzeugt, das ist das schwerere Unrecht und die größere Schuld, die wir als Nation auf uns laden und eventuell. Der Teufel ist immer unterwegs gewesen und hat Kinder getötet. Er hat die Generation des Mose versucht zu töten in Ägypten. Die Jungs, die in den Nil geworfen wurden. Herodes hat in Bethlehem die kleinen Jungs bis zum Alter von zwei Jahren umbringen lassen. Und wir sind in einer Generation, wo die junge Generation zum großen Teil weltweit millionenfach getötet wird. Gott hat hier etwas vor und das ist ein teuflisches Werk. Ich denke, an der Stelle, da sollten wir uns bei Apokalypse 17 eher einsortieren. Da sollten wir sehen, dass wir Dinge nicht mitmachen. Menschenhandel. Riesenthema. Es gibt heute mehr Sklaven, als es jemals gab. Und Deutschland ist gerade zum Umschlagsplatz für Menschenhandel. Ich bin nicht nur Anhänger einer Verschwörungstheorie, ich bin bekennender Verschwörer. Ich gehöre zur Jesusverschwörung. Ich bin nur mit Einschränkung dem Staat der Bundesrepublik Deutschland loyal. Das sage ich vor laufenden Kameras. Meine uneingeschränkte Loyalität gehört dem Deep State des Reiches Gottes. Der hat eine Schattenregierung, mit der ich fieberhaft versuche, in Kontakt zu treten und in Kontakt zu bleiben. Jesus und der Heilige Geist. Ich lade euch an, aufzustehen und das wollen wir jetzt miteinander tun. In Kontakt treten mit unserer Schattenregierung. Sie ist halt noch nicht ans Licht getreten, aber wir glauben, dass diese Herrschaft kommt und dass sie sich durchsetzen wird. Ich lade euch ein, eure Hände vor euch auszustrecken, einen stillen Moment zu haben. Und wir wollen diese Stille beschließen mit diesem Gebet Vaterunser, dass Jesus seine Jünger gelehrt hat. Und darin heißt es, sein Reich soll kommen. Sein Reich soll kommen. Ich lade euch ein, das im Stillen schon mal durchzubuchstabieren, dass sein Reich kommen soll. Ich lade euch ein, Ich spüre in meinem Herzen von Gott Dankbarkeit, Anerkennung und Ermutigung für jeden, der hier ist und der auch zu Hause mit zuhört. So ein Satz wie er, ihr macht es gut. Danke, dass ihr das aushaltet. Ich spüre von Jesus Ermutigung, Schritt für Schritt weiterzugehen, nicht zu resignieren, nicht aufzugeben. Wir beten, wie Christus uns gelehrt hat. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch und auch euch zu Hause noch unter den Segen Gottes stellen. Im Anschluss daran singen wir unser Segenslied und die Eltern möchte ich noch mal bitten, daran zu denken, die Kinder an den vereinbarten Treffpunkten abzuholen. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über euch und sei euch gnädig. und der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke und erhalte euch seinen Frieden. Amen. Nicht immer scheint mein Glaube in Stein gemeißelt, weil trete ich wie ein Fähnlein im Wind. Hin und her geworfen auf den Bogen des Zweifels für Gottes Nähe irgendwie bin. Bei Glauben heißt Vertrauen wagen, bin ich den ersten Schritt. Ich trau mich aus, dem Boot zu steigen, Nimm dich Jesus in den Weg. Wenn Glauben wie ein Senfkorn klein schon Berge versetzen kann, dann leg ich dir hin, was ich habe. Fang mit diesem bisschen an. Die Bibel zeigt, du hast immer fortgehalten, was du verhielst, das ist doch geschehen. Wer losging im Vertrauen trotz Wiedrigkeiten, der durfte stets dein Einreifen sehen. Weil Glauben heißt Vertrauen wagen, wie ich den ersten Schritt. Ich trau mich aus, dem Boot zu steigen, Nimm dich Jesus in den Weg. Wenn Glauben wie ein Senfkorn klein schon Berge versetzen kann, dann leg ich dir hin, was ich glaube. Fang mit diesem bisschen an. Gott ist nicht so unmöglich, Gott ist nicht so unmöglich, so auch nicht dem, wer glaubt. Und weil du mir dein Wort gibst, vertraue ich darauf. Weil Glauben heißt, Vertrauen wagen, Geh ich den ersten Schritt. Ich trau mich aus, dem Boot zu steigen, Nimm dich Jesus in den Weg. Wenn Glaube wie ein Senfkorn klein schon Berge versetzen kann, dann leg ich dir hin, was ich habe. Fang mit diesem bisschen an. Vielen Dank allen, die hier waren. Vielen Dank euch an den Endgeräten. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, auch euch zu Hause. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, gleich den eingezeichneten Pfeilen zu folgen, wenn ihr das Gebäude verlasst und wenn ihr den Platz verlasst, auch an eure Masken zu denken. Schöner Sonntag. Ja, Untertitelung. BR 2018